Hallo liebe Freunde, Fans und Gäste von WIR. Leider können wir dieses Jahr nicht live für euch performen. Alles weitere warum und weshalb wir dieses Video produzierten, wird euch nachher von Karl-Heinz Müller erklärt. Wir haben vier Lieder aus unserem Programm gewählt, um euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Anfangen werden wir mit Ihr Glocke am Ring, ein Hymnus an der dicke Pitta mit Singerfrönde. Weiter geht es mit dem Halleluja der Höhner, dem Isblömsche, was nit mi blöd und zu guter Letzt den Wünschen an dem Hüllejemann, die man nit kofe kann. Viel Spaß und viel Freude und hoffentlich bis nächstes Jahr. Ihr Glocke am Ring vom Körnerlohn, Dunkel zu hell, wie hör der Sprung, Ihr Klipfe der Freude und entgehnter Glück, Ihr Glocke am Ring zur Weihnachtsziek. Ihr Glocke am Ring vom Körnerlohn, Ihr grüßt doch so weit, wie hör der Sprung, Ihr Salle der Körnerlohn, Jetzt ist er zu viel, Ihr Glocke am Ring zur Weihnachtsziek. Musik Musik Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Wiese helfe und die frohe Watt springt dabei für mich, dass er muss Die Elf und Stafel zerstrahlen Und die Dors in mein Kruze so groß Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Singt man denn mit allen Engeln Die nur eine Flöge haben Wenn man richtig wehe wolle Woche war den Ehrenmann Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Liebe Freunde von mir Nachdem wir 2020 und jetzt auch 2021 Unsere Veranstaltung Nicht mit euch gemeinsam durchführen konnten Haben wir uns entschieden Euch über die sozialen Medien Ein Video mit Weihnachtsliedern zu übermitteln Mit diesem musikalischen Berufs wollen wir zeigen Dass es uns trotz Corona noch gibt Und dass wir uns das Singen immer noch Spaß macht Schaut euch das Video an Und vielleicht gefällt es euch und ihr spielt es im Kreise eurer Liebsten In der Advents- und Weihnachtszeit ab Wir wünschen euch von Herzen eine besinnliche und schöne Adventszeit Für 2022 wünschen wir euch, dass ihr gesund bleibt Und zuversichtlich auf das neue Jahr blicken könnt Und wir wünschen euch, dass ihr euch heute mit euch Musik 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 Der Lehrer, der dir immer schenkt, wann, was ich denn noch mal zähn. Und der kann man, wenn's jetzt vergisst, wenn alt so würdig ist. Ich wünsche mir vom Hildiermann, 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 was ich denn kaufen kann, was ich denn kaufen kann. Ich wünsche mir nächste Freund, mit dem man welche stellen könnt, für den die Tiere und auch zähn, der immer so erhält. Ich wünsche mir vom Hildiermann, 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 was ich denn kaufen kann, was ich denn kaufen kann. Ich wünsche mir den Pinkerpapp, den Eil des Kasse zusammenklapp, ja, der hat mir mal kaputt, was sie doch in den Korb. Ich wünsche mir vom Hildiermann, 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 was ich denn kaufen kann, was ich denn kaufen kann. Ich wünsche mir den Pinkerpapp und Mann, wo wir immer wieder jähn sich an. Ich wünsche mir vom Hildiermann, 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 was ich denn kaufen kann, was ich denn kaufen kann. Was ich denn kaufen kann, was ich denn kaufen kann. Ich wünsche mir den Pinkerpapp, den ich wünsche mir den Pinkerpapp. Ich wünsche mir den Pinkerpapp, den ich wünsche mir den Pinkerpapp,